Meine Damen und Herren, mein nächster Gast, Norm Gatsby. Ich habe den Norm kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund, der mir also in seiner Hysterie, wie er so üblich ist, geschrieben hat, das musst du sehen, Baby und überhaupt und tralala. Und ich habe euch ja geschrieben, ihr sollt bitte jeder einen Löffel und eine Gabel mitbringen. Du nimmst ihn auch wieder? Okay, versuchen wir es. Ist wirklich dein Löffel, ich habe ihn jetzt nicht ausgetauscht, du erkennst ihn wieder. Die meisten Leute denken, ist gar ein stabiler Löffel. Jetzt versuchen wir es. Einfach mal auf den Löffel gucken. Dann dauert es nicht lange. Und dann wird er wie Plastik. Er kann das auch mit Penissen. Wie gesagt, die meisten Leute denken, es geht mit Kraft oder heimlich, dass man irgendwie unter den Tisch geht oder irgendwie zur Seite. Aber es geht auch vollkommen ohne Kraft. Und immer noch deinen Löffel, ja? Das ist wirklich deine Gabel, ja? Jetzt schon. Die bekommst du erstmal wieder. Das ist deine Gabel. Die ist ein bisschen stabiler. Guck dir mal die Zacken an. Das ist ein bisschen stabiler. Meine Damen und Herren, Norman Gatsby! Danke.